Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man ein Koordinatensystem und Funktionen ganz leicht in Ruhe zeichnen kann. Ich habe dazu eine Datei hier, Math-Objekte. Die habe ich von der Homepage SmartWare. Die hat Rainer Martin erstellt. Super Ding. Hier steht auch, man darf sie kostenlos nutzen und weitergeben. Diese Datei kannst du ganz einfach runterladen. Ich packe einfach einen Download-Link unter dieses Video. Mal zur Datei. Die öffne ich einmal und da sind Makros drin. Die muss ich erst mal aktivieren. Und jetzt kann ich dieses Makro aufrufen, indem ich auf Ansicht gehe und hier vorne Makros anzeigen raufklicke. Das hole ich mir einmal in die Symbolleiste, dann kann ich schneller darauf zugreifen. Also wenn ich jetzt hier raufklicke, dann wird hier das Makro angezeigt und jetzt kann ich auf Ausführen gehen. Und jetzt kann ich mir hier erst mal ein Koordinatensystem zeichnen lassen. Da kann ich unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Ich zeichne das erst mal so. Das geht wahnsinnig schnell und dann kann ich jetzt hier auch schon ein paar Funktionen einzeichnen. Unter Funktionen habe ich jetzt hier auch die Möglichkeit, eine lineare oder quadratische Funktion zu zeichnen. Ich zeichne jetzt erst mal eine lineare Funktion mit der Steigung 2 durch den Punkt 1. Und jetzt zeichne ich noch mal einmal eine quadratische Funktion dazu durch den Punkt minus 2. Und hier stelle ich einmal das ein. Zack. Und schon bin ich fertig. Wunderbare Datei. Und das Tolle ist, ich kann jetzt diese Auswahl hier in ein normales Dokument kopieren. Ich drücke mal STRG A. Kopiere das. Und jetzt öffne ich ein neues Dokument. Und hier kann ich jetzt einfügen. Wichtig ist, dass ich mein Dokument hier immer, das hier, die Vorlage, dass ich alle Inhalte hier lösche. Das gibt sonst Probleme. Also immer, wenn ich hier was in dieser Makrovorlage erstellt habe, dann die Sachen rauskopieren, löschen und dann in diesem neuen Dokument weiterarbeiten. Hier das Dokument schließe ich mal. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Und jetzt kann ich hier meine Elemente alle gruppieren oder eventuell noch was dazu zeichnen, dazu schreiben. Das Tolle auch hier ist, dass es genau immer ein Zentimeter ist. Das heißt, wenn man das ausdruckt für Schüler, dann können die dort auch direkt die Sachen reinzeichnen. Ich kann natürlich auch hier das wieder rausnehmen. Und das auch rausnehmen. Das sind ganz normale Zeichen, Vektorgrafiken, wie wir sie sonst auch in Word immer erstellt haben. Ich kann hier auch noch den Text verändern, die Achsen anders beschriften. Wunderbare Datei. Probiere es aus. Viel Spaß damit. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.